Plus, was Palliativmedizin gegenüber der herkömmlichen Behandlung eigentlich hat, das ist die Zeit. Die Zeit, die zur Verfügung steht oder die zur Verfügung gestellt wird. Etwas sehr Kostbares übrigens, erst recht in medizinischen Zusammenhängen. Ich glaube, Verbot ist nicht das Einzige, sondern was man braucht, ist ein Angebot. Ein Angebot, sodass Menschen nicht darauf angewiesen sind, umgebracht zu werden. Und da geht eine ganze Menge, das können Sie mir wirklich glauben. Deswegen glaube ich, ist auch palliative hospizliche Medizin gerade bei den Christen ganz gut aufgehoben. Denn wenn es einem nicht egal ist, was nach dem Tode passiert, wenn ich zum Beispiel eine Ahnung davon habe, ich sehe dich wieder, dann gehe ich auch automatisch mit einem Todkranken auch nochmal ganz anders um. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kannste Glauben, dem Podcast des Bistums Münster. Ich bin Ann-Christin Ladermann. Schön, dass ihr dabei seid. Darf sich ein schwerkranker Mensch beim Sterben helfen lassen? Bis vor drei Jahren war der assistierte Suizid in Deutschland strafbar. Dann haben aber mehrere Ärzte, Betroffene und andere dagegen geklagt. Und deshalb hat das Bundesverfassungsgericht im Februar 2020 klargestellt, dass jeder Mensch das Recht auf selbstbestimmtes Sterben hat und dabei auch Hilfe in Anspruch nehmen darf. Seitdem diskutiert der Bundestag über eine Neuregelung der Sterbehilfe. Und inzwischen liegen drei verschiedene Gesetzesinitiativen vor. Bis zur Sommerpause in wenigen Wochen soll darüber abgestimmt werden. Die beiden großen Kirchen in Deutschland, die haben eine klare Haltung zu dem Thema. Der Schutz des Lebens ist das höchste Gut. Deshalb lehnen sie Sterbehilfe grundsätzlich ab und setzen sich stattdessen für Alternativen ein. Besonders wichtig ist der katholischen evangelischen Kirche die Sterbebegleitung. Und aus ihrer Sicht muss die hospizliche und palliative Versorgung unbedingt ausgebaut werden. Auch deshalb, weil durch die Begleitung Schmerzen gelindert werden können und auch diesem Aspekt des Einsamseins am Lebensende so entgegengewirkt werden kann. Ich freue mich mit Dr. Wolfgang Claßen heute einen echten Experten in Sachen Palliativmedizin begrüßen zu dürfen. Dr. Claßen hat 34 Jahre im Herz-Jesu-Krankenhaus in Münster-Hiltrup gearbeitet. Erst als Oberarzt, ab 2002 dann als Chefarzt der Klinik für Innere Medizin. Und 2007 hat er dann die erste Palliativstation in Münster gegründet. Eben im Herz-Jesu-Krankenhaus. Und die hat er dann auch bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand Ende März geleitet. Ich spreche jetzt mit ihm über seine Erfahrungen mit Sterbenskranken, über die letzten Wünsche von Menschen am Lebensende und über seine Erwartungen an die Politik. Herzlich willkommen, Herr Dr. Claßen. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Tag, Frau Ladermann. Herr Dr. Claßen, wie geht gutes Sterben? Oh, das ist eine schwierige Frage. Wahrscheinlich ist das für jeden Menschen ein bisschen anders. Das Sterben hat aber auch ganz viel mit dem Leben vorher zu tun. Also so, wie man gelebt hat, so stirbt man in gewisser Weise auch. Und das betrifft nicht nur die eigene Biografie, sondern auch die der Familie, der Umgebung, der Zugehörigen drumherum. Und das ist wahrscheinlich dann doch sehr unterschiedlich. Sie können heute davon ausgehen, dass die meisten Menschen recht alt werden. Und mit jedem Jahrzehnt, was oben drauf kommt, werden auch irgendwelche Gebrechen oder Krankheiten fällig. Und da gilt es damit, fertig zu werden. Jetzt haben Sie viele Jahre Patienten behandelt, die unheilbar erkrankt sind und damit eben auch oft am Ende ihrer Lebenszeit angekommen sind. Wie oft ist es denn passiert, dass diese Menschen mit dem Wunsch an sich herangetreten sind, sterben zu wollen? Na, das passiert relativ häufig. Es gibt immer wieder schlimme Situationen, verzweifelte Situationen, in denen mir Patientinnen, Patienten gesagt haben, Doktor, ich kann nicht mehr. Geben Sie mir was. Ich will so nicht mehr weiterleben. Und dann ist natürlich die Frage, wie reagieren wir darauf? Was ist unsere Antwort? Ist unsere Antwort, ja, wir kennen da so eine Organisation? Oder fragen wir nicht erst mal nach und versuchen mal überhaupt herauszubekommen, warum ist das eigentlich so, dass jemand so nicht mehr leben mag? Und meine Erfahrung ist, an dieser Stelle finden eigentlich immer die allerbesten Gespräche statt. Wir erfahren ganz viel von den Menschen, von ihrer Biografie. Und es gibt immer wieder Ansatzpunkte, das Blatt zu wenden und eine neue Lebensqualität wiederzufinden. Und das passiert sehr, sehr häufig. Was ist der häufigst genannte Grund, wenn Sie dann fragen, warum wollen Sie denn sterben? Ist es die Angst vor den Schmerzen, also vor dem Sterben an sich? Ja, das ist nicht die Angst vor dem Tod, sondern eher die Angst vor dem Sterben, dass man sich ausmalt, wie schlimm das sein könnte. Die Schmerzen selber sind heute in der modernen Medizin relativ gut zu kontrollieren, zumindest wenn eine fachgerechte Behandlung da ist. Schmerzen alleine sind nicht der Hauptgrund für so eine Frage, ich will nicht mehr. Sondern es sind häufig andere Beschwerden. Luftnot zum Beispiel ist ein sehr schwieriges Symptom. Das ständige Gefühl des Erstickens. Es sind aber darüber hinaus auch ganz oft letztlich soziale oder auch psychologische Gründe, die eine Rolle spielen. Ich erinnere mich gut gerade an eine Patientin, bei der wir mit allen unseren Mitteln nicht herausgefunden haben, warum es ihr eigentlich so schlecht geht. Bis eines Tages irgendjemand in unserem Team herausgefunden hat, da gibt es einen Sohn. Einen Sohn, zu dem seit Jahrzehnten kein Kontakt mehr besteht. Man ist im Unfrieden auseinandergegangen. Und Sie können es mir wirklich glauben, es war gar nicht so ganz schwer herauszufinden, wo dieser Sohn ist. Und als der da war, trat ein ganz neuer Frieden ein bei der Patientin. Und der Wunsch war eigentlich weg, nicht mehr leben zu wollen. Das ist ein Beispiel von vielen. Man braucht aber viel Fantasie, sehr viele offene Ohren und auch mehrere Ohren. Das ist nicht nur das Ohr des Arztes, der Ärztin, sondern das sind natürlich die Pflegekräfte. Es sind aber auch unsere Physiotherapeuten und die anderen Berufe, unsere Kunsttherapeutin, all die haben Ohren. Und es ist immer wieder erstaunlich, irgendwem gegenüber öffnet sich plötzlich eine Tür. Und dann ist die Kunst, dass man diese Tür auch betreten kann. Sie haben jetzt gerade schon von dem Team gesprochen, das bei der Palliativmedizin dazugehört. Was ist die Chance von Palliativmedizin? Also was umfasst dieser Bereich der Medizin? Ich glaube, das allermeiste Plus, was Palliativmedizin gegenüber der herkömmlichen Behandlung eigentlich hat, das ist die Zeit. Die Zeit, die zur Verfügung steht oder die zur Verfügung gestellt wird. Etwas sehr Kostbares übrigens, erst recht in medizinischen Zusammenhängen, dass Menschen Zeit haben, zuzuhören. Natürlich auch all die Dinge zu tun, die nötig sind. Mit zunehmender Krankheit, gerade bei unheilbaren Krankheiten, kommen auch körperliche Fehlfunktionen zum Tragen, die einer sehr guten Pflege bedürfen. Aber diese Pflege findet nicht einfach als physikalische Maßnahme statt, sondern das ist immer ein Dialog. Da gehen zwei Menschen aufeinander zu und sie kommen sich zum Teil sehr nahe. Und dieses große Plus ist, glaube ich, das, was wir anbieten können, um eine neue Lebensqualität trotz erheblicher Einschränkungen zu erreichen. Sodass der Wunsch, jetzt akut vom Leben zum Tode gebracht zu werden, stark in den Hintergrund gedrängt ist. Also ist Palliativmedizin keine Sterbemedizin, wie es manchmal umgangssprachlich irgendwo heißt? Keineswegs. Es ist heute eigentlich Stand der Wissenschaft, auch der wissenschaftlichen Erkenntnis, dass Palliativmedizin früh ansetzen soll. Vor allen Dingen im Sinne einer vorausschauenden Behandlungsplanung. Jemand bekommt irgendwann eine gravierende Diagnose. Das kann ja auch mal eine schwere Herzerkrankung sein, die so nicht heilbar ist. Oder auch eine Krebserkrankung. Da denkt man vielleicht noch viel eher daran. Und dann ist aber noch zunächst eine ganz konventionelle Behandlung da. Aber es ist allen eigentlich von vornherein klar oder könnte klar sein, dass die Geschichte so nicht ohne weiteres wieder gut wird, sondern auf ein Ziel zuläuft und auf eine Verschlechterung zuläuft. Und dann ist Behandlungsplanung und Beratung auch über die Maßnahmen, die gerade wirklich gemacht werden sollen, noch etwas ganz Wichtiges. Advanced Care Planning nennt man das heute. Das ist ein englischer Fachausdruck dafür, dass man einfach vernünftig ist, vernünftig handelt mit der Diagnose, mit der besonderen Situation. Klar hat, was wird jetzt passieren? Was ist die Prognose? Wie geht es weiter? Also nicht Sterbemedizin, sondern Palliativmedizin dient dazu, dem Leben am Ende also noch Qualität zu geben. Aber kann ein eingeschränktes Leben, was es dann ja oft schon ist, unter ständiger Medikamenteneinnahme, was ja auch oft damit einhergeht, nehme ich mal an, schöner sein als, das ist ja oft das Argument, erlösende Sterbehilfe? Diese Frage kann ich so nicht beantworten. Es ist ja sowieso etwas ganz Subjektives. Wenn Sie leben, leben Sie aus einer bestimmten Lebensfreude heraus. Sie haben etwas, auf das Sie hinzuleben. Sie freuen sich an irgendetwas. Und das muss schon da sein, das kann ich nicht mit irgendwas vorspiegeln. Aber Sie können mir glauben, das kann man auch erreichen, wenn jemand sehr schwer krank ist und viele körperliche Fehlfunktionen hat, kann man auch einen solchen Zustand erreichen, der Begrenztheit, der Akzeptanz der Begrenztheit, aber dem noch immer sich freuen können, kommunizieren können, mit jemandem beisammen sein können oder auch Dinge noch einmal regeln zu können. Und das ist, glaube ich, ein Stück des Lebenssins, den man dann noch wieder erfährt. Es ist ja gerade die Freude an großen und an kleinen Dingen aber eben auch, die es dann ja manchmal auch wieder zu entdecken gilt. Kommen Sie trotzdem manchmal in die Versuchung oder anders gefragt, wie groß ist die Versuchung als Arzt, der Sie jetzt eben lange mit schwer kranken Menschen gearbeitet haben, selbst einzugreifen, wenn das Leiden so groß ist? Denn ich glaube, Sie haben wahrscheinlich wahnsinnig großes Leid gesehen. Es ist ja auch nicht immer so, dass man alle Schmerzen am Ende ausschalten kann. Kommt da der Gedanke einem selbst als Arzt? Ja, klar. Also ich habe sehr viel Verständnis für Menschen, die extremen Leidensdruck haben, denen es richtig, richtig schlecht geht. Sie sagen, so geht es nicht mehr weiter. Ich will das nicht mehr. Die haben mir schon mal versucht, dies oder jenes zu geben, aber es hat eigentlich nicht wirklich geholfen. So kann ich nicht leben. Das muss man erstmal verstehen und auch akzeptieren. Das ist ein ganz normales Gefühl. Trotzdem schauen wir dahinter und fragen uns, warum ist das so? Sind das wirklich nur die Schmerzen? Wir kennen das Konzept Total Pain. Das beschreibt, dass man auch daran leidet, wenn einem etwas anderes fehlt. Der Kontakt zum Beispiel, wie eben schon gesagt, zu einem Angehörigen, der verschüttet ist. Oder auch die aktuelle Lebenssituation. Und da kann eine ganze Menge passieren. Bis hin zur Akzeptanz und bis hin dazu, dass plötzlich kleine Lebensziele ganz wichtig sind. Ich erinnere mich gerade an eine Patientin, die sehr, sehr schwer krank, herzkrank war und gerne noch ein einziges Mal. Sie war fast nur noch mit Krankenhausmitteln lebensfähig. Aber ihr größter Wunsch war, noch einmal nach Hause zu kommen, in den Garten zu schauen und dort mit ihren Angehörigen für eine kurze Zeit zusammen zu sein. Das haben wir irgendwie möglich gemacht. Da gibt es heute so schöne Möglichkeiten. Es gibt den Wünschewagen zum Beispiel hier in Münster und Umgebung. Und das war eine ganz große Erfüllung und eine große Freude, obwohl sie selber nicht viel konnte. Man musste sie mit dem Rollstuhl und liegend transportieren. Aber es war noch mal ein Lebensziel, was sie erreicht hat. Für andere ist es manchmal die Taufe eines Enkels oder das Einschulen von einem Enkelkind. Es gibt einem selbst wahrscheinlich dann auch viel zurück, wenn man dann sieht, dass Menschen dadurch wieder Kraft zehren oder auch abschließen können im Guten. Das ist so. Aber ich will mich nicht drücken. Sie haben völlig recht. Es gibt Zustände. Es gibt körperliche Beschwerden, Gebrechen, die so schlimm sind, dass wir sie nicht so kontrollieren können, wie wir das gerne möchten. Wir möchten ja gerne, dass jemand wach und ansprechbar bleibt und dann keine Schmerzen mehr hat oder keine Luftnot oder was auch immer. Das geht nicht immer. Und dann greifen wir immer mal, das ist sehr selten nur nötig, aber wir greifen immer mal zum Konzept der palliativen Sedierung. Also wenn gar nichts mehr geht, dann schalten wir das Bewusstsein aus. Das ist so eine Art Narkose, wenn Sie so wollen, was natürlich den großen Nachteil hat, dass man nicht mehr kommunikationsfähig ist. Aber es ist ab und zu notwendig. Das gibt es tatsächlich. Aber allein diese Sicherheit, dass ich jemandem sagen kann, wenn es bei dir ganz eng wird und der letzte Blutsturz hängt an, du spuckst ganz viel Blut und weißt, das ist jetzt der letzte Akt, dann musst du das nicht erleben. Dann gebe ich dir etwas, dass du schlafen kannst. Ich würde dir nicht so viel geben, dass du davon stirbst, aber ich würde dir dafür sorgen, dass du diese unangenehme Situation nicht mehr erleben musst. Das ist auch ein Weg. Aber damit machen wir uns das nicht so leicht. Das ist immer das allerletzte Mittel, die Ultima Ratio. Aber auch vielleicht etwas, was viele Menschen gar nicht wissen, dass es das auch geben kann am Ende, also bevor man dann zum Suizid sozusagen greift. Ich komme da gerade drauf, weil wir uns schon vor einigen Wochen mal begegnet sind beim Besuch von Bischof Genn auf der Palliativstation im Herz-Jesu-Krankenhaus in Hildrup, wo Sie tätig waren. Und ich bei diesem Besuch ganz viel gelernt habe. Und ich glaube, es würde wahrscheinlich ganz vielen Menschen so gehen, die dort, so wie ich jetzt, hingekommen sind. Da habe ich mich gefragt aus Ihrer Sicht, ob Sie glauben, dass die Deutschen ausreichend informiert sind über die Option am Lebensende. Das ist sicherlich nicht der Fall. Ja. Auf der anderen Seite ist das auch nicht so einfach mit der Übermittlung solcher Informationen. Sie müssen sich einfach vorstellen, zu gesunden Tagen, so wie wir beide jetzt hier am Tische sitzen, können wir uns vieles nicht wirklich vorstellen. Deswegen sind ja auch manche Patientenverfügungen schwierig, weil sie doch nicht genau die Situation treffen, die nachher eingetreten ist. Und von daher, glaube ich, ist für die generelle Information wichtig, es gibt diesen Zweig der Medizin, der lässt sich nicht im Stich. Auch wenn man früher gesagt hätte, für sie können wir nichts mehr tun und sich abgewandt hätte, wendet sich heute die Palliativmedizin jeder dieser Situationen zu und versucht, das Allerbeste daraus zu machen. Und das gelingt auch in sehr vielen Fällen. Trotzdem bleibt Aufklärung natürlich eines der wichtigsten Dinge, damit Menschen auch darum wissen, dass es das gibt. Und es ist eine Chance, das weiter auszubauen. Da haben Sie einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, denn die Deutschen sind an sich sehr fortschrittlich in der Entwicklung der Palliativmedizin. Man kann wirklich sagen, wenn man mal Europa betrachtet, sind wir führend weniger in der Idee, Menschen sozusagen das Problem durch das Umbringen des Problemträgers zu beseitigen, sondern mit der Entwicklung eben der Palliativen und hospizlichen Medizin. Das ist schon sehr originell in Deutschland gewesen, dass das sich so gut durchgesetzt hat. Bis hin zur gesetzlichen Regelung, dass eigentlich jeder Deutsche einen Anspruch darauf hat, eine spezielle Palliativmedizinische Behandlung zu bekommen. Das ist schön. Das steht auch im Gesetz. Aber das heißt noch lange nicht, dass die notwendige auch finanzielle Unterstützung für Einrichtungen der Palliativmedizin gegeben ist. Und da könnte man wirklich mal was tun. Und ich denke, es wäre sehr viel vernünftiger, in diesen Bereich zu investieren, als jetzt, was ja auch im Bundestag diskutiert wird, eine große Bürokratie aufzubauen, eine Behörde aufzubauen, die nun prüft, ob jemand zu Recht und wirklich willensmäßig sagt, ich will nicht mehr leben, bevor er dann das tödliche Mittel bekommt, müsste dann also erst ein Gutachten erstellt werden, eine Riesenbürokratie. Dieses ganze Geld sollten wir uns sparen und sollten es lieber in die Palliativmedizin investieren. Schön, dass Sie jetzt nochmal angesprochen haben, was auch schon gut ist in der Palliativmedizin gerade, dass wir in Deutschland nämlich schon recht weit vorne liegen. Das ist ja auch eine Entwicklung der letzten Jahre im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Was noch gut ist, jetzt aus Ihrer Sicht, ist sicherlich bei der geplante Neubau der Palliativstation im Herz-Jesu-Krankenhaus, den Sie ja mit Ihrem Team noch maßgeblich mit vorangetrieben haben. Was bedeutet Ihnen das, dass dieser Bau jetzt, ja, der Startschluss im Sommer fällt dafür? Für mich ist das natürlich eine wunderbare Erfüllung einer jahrzehntelangen, ich sage mal, Pionierarbeit. Wir haben 1997 angefangen, eine allererste Palliativstation für Münster zu planen. Es gab ja noch keine. Das gelang dann auch, 2007 ist sie eröffnet worden, überwiegend mit Spendenmitteln finanziert. Das muss man klar sagen. Allerdings auch durch einen Träger, der gesagt hat, okay, wenn das Ding steht, ich unterhalte es. Denn Sie können sich vorstellen, das teuerste in einem Krankenhaus sind Personalkosten. Und Palliativmedizin ist personalintensiv. Wir haben einen ganz anderen Schlüssel, Pflegeschlüssel zwischen Patient und Pflegenden als im normalen Bereich. Also da kamen zwei Sachen ganz gut zusammen. Nämlich zum einen die Möglichkeit, in größerem Stil Spenden sammeln zu können für so einen Zweck. Und zum anderen einen Träger, der gesagt hat, okay, wenn das Ding steht, ich lasse es dann auch laufen. Auch wenn ich damit sicher kein Geld verdienen kann, das eher ein Zuschussgeschäft ist. Und jetzt mit dem Neubau der Palliativstation geht für mich ein großer Wunsch in Erfüllung. Wir haben natürlich in der Zeit ab 2007 auch wir als Team sehr viel gelernt. Auch jetzt noch sind, das zeigt vielleicht die Zufriedenheit der Arbeit, die man da leisten kann, noch viele pflegende, auch Ärzte der ersten Stunde auf dieser Station tätig. Und wir haben sehr viel gelernt. Und unser Traum war immer, mit den Erfahrungen der ganzen Jahre eine Station zu planen, die für diesen Zweck geplant ist. Im Moment haben wir ein gut funktionierendes Ding, was aber umgebaut ist. Und was man so, wenn man es hätte planen dürfen, sicher nie gebaut hat. Und das wird jetzt Wirklichkeit. Und das ist für mich ein Lebenstraum, der in Erfüllung geht. Aber auch da, vielleicht hat sie der eine oder andere schon mal auf der Kampagne, auf den Plakaten gesehen. Auch da gab es ja eine große Spendenaktion. Denn das ist das, was Sie gerade angesprochen haben. Hospize, Palliativstationen sind auf Spenden angewiesen, obwohl es diesen gesetzlichen Anspruch gibt. Das ist ja eigentlich wirklich nicht richtig. Ja, das kann man so sehen. Sehe ich auch so. Das ist gar keine Frage. Ich finde zum Beispiel merkwürdig, dass es im Krankenhaus Bedarfsplan Palliativstationen gibt. Im Bedarfsplan richtig offiziell. Also unsere Station in Hiltrup zum Beispiel steht im Krankenhaus Bedarfsplan. Das heißt aber noch lange nicht, dass es einen Euro Zuwendung dafür bekommt. Das ist irgendwo ein Widerspruch in sich. Wir haben Gott sei Dank jetzt auch für den Neubau wieder eine große Menge an Spenden einsammeln können. Und es ist etwa ein Drittel der Baukosten, werden wir mit Spenden finanzieren können. Der Rest wird aber durch die Franziskus Stiftung sichergestellt. Und das ist natürlich auch etwas Wunderbares, wenn ein solcher freigemeinnütziger Träger sagt, ich baue in guter Lage in diesem Krankenhaus etwas, mit dem ich überhaupt kein Geld verdienen kann, weil ich glaube, dass der Inhalt dieser Arbeit zu meinem Auftrag gehört. Der gehört zu unserem Selbstverständnis. Und da sind wir eigentlich schon gerade mit der christlichen Grundhaltung, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Das zeigt sich da auf jeden Fall drin. Das ist etwas sehr Wertvolles. Warum haben Sie sich damals für die Palliativmedizin entschieden? Oh, das ist eine lange Geschichte. Also es gibt vielleicht drei Dinge, die mich in diese Richtung gebracht haben. Das erste ist, ich habe sehr lange auch in Hildrup und auch schon in der Universitätsklinik in Aachen Verantwortung für eine Intensivstation gehabt. Und habe erlebt, wie dieser dramatische Fortschritt immer mehr möglich gemacht hat, auch schwerste Krankheiten behandeln zu können, Menschen am Leben erhalten zu können, die sonst unweigerlich gestorben wären. Aber wenn man das eine Weile macht, merkt man auch, das ist nicht bei allen so, sondern Intensivmedizin hinterlässt auch Patienten. Wenn man vorher gewusst hätte, wie das Auskommen ist, hätte man vielleicht die Intensivmedizin gar nicht so sehr angewandt. Das war ein Punkt. Und der zweite Punkt ist der, dass mir dieser Satz irgendwie immer falsch vorkam. Wir können nichts mehr für Sie tun. Wir haben jetzt Ihre Diagnose gestellt, da geht nichts mehr. Das kann nicht sein. Das ist für mich ein Widerspruch im ärztlichen Selbstverständnis. Und dafür braucht es dann eben auch besondere Fertigkeiten. Es ist auch ein bisschen Handwerk, Palliativmedizin. Da kann man auch vieles lernen an Techniken, auch an Medikamenten und an anderen Dingen, um Schwerkranken zu helfen. Okay, das war so dann der Motor für Sie zu sagen. Ja. Und dann wurde ganz den Nachbrenner eingeschaltet, hat letztlich die Entwicklung in den Benelux-Staaten. Ich habe mich immer gefragt, was könnte man eigentlich unserer Generation vorwerfen? Was passiert hier gerade? Und wir tun eigentlich nichts. Und ich glaube, Verbot ist nicht das Einzige, sondern was man braucht, ist ein Angebot. Ein Angebot, sodass Menschen nicht darauf angewiesen sind, umgebracht zu werden. Und da geht eine ganze Menge, das können Sie mir wirklich glauben. Das waren so die Haupttriebfeder. Ja, interessant, ja. Und bei dieser Debatte um den assistierten Suizid, da ist ja auch ganz oft von Selbstbestimmung die Rede. Das ist für mich so ein Schlüsselwort, wenn ich mich da mal so jetzt eingelesen habe. Die christliche Haltung stellt aber ja eben den Lebensschutz in den Mittelpunkt. Finden Sie sich da als Palliativmediziner in diesem Spannungsverhältnis wieder, zwischen Selbstbestimmung auf der einen Seite und Lebensschutz auf der anderen? Ich finde, die Rede vom Selbstbestimmten ist lückenhaft. Sie blendet völlig aus, dass der Mensch ein soziales Wesen ist. Keiner lebt für sich allein, keiner stirbt für sich allein. Das steht sogar in der Bibel. Ja, das stimmt. Und es ist eine, wie ich finde, ich habe sie ganz oft im Leben wiedergefunden, eine Wahrheit, der man sich stellen muss. Also wenn ein Mensch sagt, ich will nicht mehr leben, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich weiß Mittel und Wege, dann stellt sich auch immer die Frage, was tut er damit den anderen an? Das ist etwas, was man sich mal fragen darf. Wenn ich nur für mich lebe, wenn es nur um mich geht, dann ist Selbstbestimmung in diesem Sinne vielleicht richtig. Aber das ist kein christliches Selbstverständnis, ganz bestimmt nicht. Deswegen glaube ich, ist auch palliative, hospizliche Medizin gerade bei den Christen ganz gut aufgehoben. Denn wenn es einem nicht egal ist, was nach dem Tode passiert, wenn ich zum Beispiel eine Ahnung davon habe, ich sehe dich wieder. Und es hat eine Konsequenz, wie ich mit dir umgegangen bin, wie ich mein Leben gelebt habe. Es hat irgendeine Konsequenz. Dann gehe ich auch automatisch mit einem Todkranken auch nochmal ganz anders um. Auch mit seinen Angehörigen. Wir widmen uns ja ganz besonders dem Betroffenen, aber auch seinen ganzen Zugehörigen und Angehörigen. Das ist wichtiger, als man gemein immer so glaubt. Also wenn ich jetzt über Gefahren nachdenke, die dann die Ermöglichung der Sterbehilfe mit sich bringt, dann betrifft das unter anderem auch die Angehörigen, die im Blick zu haben. Was könnten noch Gefahren sein, wenn es dazu kommt? Ja, wir sind ja eine Gesellschaft, die immer weiter altert und immer weiter pflegebedürftige oder auch hilfsbedürftige Menschen haben wird. Und der Druck auf diese Menschen ist ja jetzt schon sehr hoch. Wie oft höre ich, ich bin ja doch nur noch meinen Angehörigen eine Last. Die müssen doch arbeiten. Sollen sie nach der Arbeit extra noch bei mir vorbeikommen und noch was machen? Das können die doch alle gar nicht und so weiter. Also dieses sich als Lastempfinden könnte eine Triebfeder sein, dass dieser scheinbar leichte Ausweg der Tötung auf Verlangen oder des assistierten Suizides immer populärer, immer häufiger wird. Und das ist, glaube ich, eine Haltung, das kann nicht wahr sein. Wenn wir immer nur die Bedürftigen abschaffen, statt den Bedürftigen zu helfen, machen wir was ganz sicher verkehrt. Was würden Sie sich von den Politikerinnen und Politikern wünschen, die sich da jetzt voraussichtlich in den nächsten Wochen nochmal beschäftigen mit diesem Thema? Unsere Vorleute, das ist die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin und noch weitere Philosophen und andere, haben einen offenen Brief geschrieben und haben dafür geworben, keine gesetzliche Regelung zu schaffen. Erst recht kein, wie sagt man so schön, Bürokratiemonster, um zu prüfen, ob jemand wirklich willentlich nicht mehr leben will, sondern dieses Geld und diese Energie wirklich in Palliativ- und Hospizmedizin zu stecken. Da ist sie auch besser aufgehoben. Im Übrigen ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ja eigentlich der Hausarzt eine ganz besonders wichtige Rolle spielt. Eine spezialisierte Palliativmedizin ist ja auch nicht bei jedem erforderlich. Wenn der Hausarzt also an der Stelle, dieser sehr wichtigen Stelle einer Biografie und einer Behandlung, seinen Patienten an so eine Behörde und an eine Begutachtung abgeben muss, dann wird gerade der, der die Betreuung machen soll, ausgeklingt, das geht gar nicht so. Ja, also der, der die Patienten am besten kennt eigentlich. Wir haben ja jetzt drei Jahre lang gar keine Regelung. Im Grunde kann ja im Moment jeder machen, was er will. Und die Beobachtung ist die, dass es einen richtigen Wildwuchs hat, es eigentlich nicht gegeben. Es gibt keine Exzesse. Vielleicht können wir diesen Zustand so behalten. Das wäre, glaube ich, gar nicht falsch. Das wäre das, was Sie fordern in einem offenen Brief quasi, ne? Das, was in einem offenen Brief gefordert ist. Ja. Lieber keine Regelung zu schaffen. Ja. Stattdessen Energien in die Förderung der Palliativmedizin. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie Angst vorm Sterben? Nein. Mhm. Ich finde es einen sehr spannenden Gedanke, was danach passiert. Und das ist ein großes Fragezeichen. Das berührt natürlich auch Glaubensfragen und auch Fragen der persönlichen Erfahrung. Ich habe keine Angst vorm Sterben, nein. Ich denke, dass ich im Zweifel einen guten Palliativmediziner finden würde, wenn es das Sterben besonders mühsam wäre, der mir dabei hilft. Sie sind da natürlich auch sehr gut aufgeklärt und wissen um das, was am Ende möglich ist, ja. Und herzlichen Dank für das Gespräch und dafür, dass Sie ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes etwas aufgeklärt haben und einen Einblick gegeben haben. Gerade jetzt, wo das Thema auch politisch nochmal voraussichtlich aktuell werden wird, obwohl es eigentlich ein immerwährendes aktuelles Thema ist, das muss man dazu sagen. Ganz herzlichen Dank und alles Gute. Das war Dr. Wolfgang Claßen. Er hat die erste Palliativstation in Münster gegründet und hat als Arzt viele Jahre Menschen in der letzten Lebensphase begleitet. Er glaubt nicht, dass man mit Verboten weiterkommt, sondern es braucht ein Angebot, sagt er, ein Angebot für Menschen am Lebensende, damit sie nicht auf den assistierten Suizid angewiesen sind. Dr. Claßen könnte sich gut vorstellen, dass es gar keine festen Regelungen braucht, denn dass das funktionieren kann, das haben wir jetzt die letzten drei Jahre gesehen, in denen es keine festen Regeln gab, und dass stattdessen diese Energien in die Förderung von Hospiz- und Palliativangeboten fließen sollten. Nicht mehr leben wollen. Dieser Wunsch kann auch mit dem eigenen Selbstwertgefühl zu tun haben. Wertvoll, das ist jeder Mensch, sagt Pastoralassistent Stefan Orth aus Duisburg-Walsum. Hier kommt sein Gedanke zum Mitnehmen. Wer kann sich schmeicheln, jemals verstanden worden zu sein? Wir sterben als Unbekannte. Als ich 17 war, war das mein Lieblingszitat. Damals hatte ich Liebeskummer. Und heute bin ich 30. Andere Zahl, andere Sorgen. Nicht nur die Falten nehmen zu. Manchmal nervt es. Aber der Optimierungswahn nervt auch. Alles jung, alles topfit. Power! Und immer schön lächeln. Und wenn ich da nicht reinpasse? In diesen bescheuerten Perfektionismus? Was, wenn die Zeit der Modelmaße vorbei ist? Was, wenn die 30 geknackt ist? Was, wenn ich krank bin? Wenn ich unheilbar krank bin? Manchmal vergesse ich meinen Wert. Und dann sind da andere Menschen. Menschen, die mir Zeit schenken. Oder ein Lächeln. Einen Witz. Einen Augenkontakt. Eine Umarmung. Da bin ich wieder. Ich und kein Alter. Ich und kein Gewicht. Ich und keine Krankheit. Kein Unbekannter. Kein Unverstandener. Ich bin bekannt. Ich bin verstanden. Ich bin wertvoll. Weil ich bin. Weil ich. Ich bin. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen, die einen etwas genaueren Blick auf die bevorstehende Gesetzesregelung zum assistierten Suizid geworfen hat. Vielleicht nehmt ihr ja etwas mit, was ihr vorher noch nicht wusstet oder worüber ihr noch nicht nachgedacht habt. Und vielleicht verfolgt ihr auch die Berichterstattung in den Medien zu diesem Thema in den kommenden Wochen aufmerksam. Denn auch das ist in dieser Folge klar geworden. Das Thema ist echt komplex und nicht einfach. Und da lohnt es sich, sich ein umfassendes Bild zu machen. Ich bin Ann-Christin Ladermann. Ihr findet Kannste Glauben überall, wo es Podcasts gibt. Hört gerne rein und empfehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.